Herzlich willkommen zur Weiterfahrtkarte von Frise Mar. Ich hoffe der Ton ist jetzt besser. Ich habe ein bisschen dran gedreht jetzt. Ich denke mal, jetzt soll es besser gehen. Bei der vorne ist Kreme. Aber unschön, wenn wir schon ganz schön liegen. Wie ich das mal gehört habe. Wir düngen jetzt weiter auf Feld 44. Und auf Feld Nummer 23. Das ist natürlich gespeichert. Wir nehmen eine Helfer. Sollte auch gehen. Und das zum düngen Rest nach. Ja, das machen wir 44 fertig. Jetzt gehen wir auf Feld Nummer 24 und 25. Da holen wir noch einen neuen Steuer. Brauchen wir Traktor. Ach, Unkraut wollte man machen. Achso. Den muss ich hinten auffüllen. Und das war stehen geblieben. Geh. Ah. Ich müsste jetzt auffüllen. normalerweise. Ja, ist ja richtig kompikiert. Absicht aufmachen. Ja, klar. Das geht es ja nicht. Ne. So. Dann, 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 dann. da brauchen wir Fahrzeuge, da haben wir die alle da können wir den gleich nehmen das ist ja nicht, das ist der Düngerstreuer, die trakt er heute mal an ich wollte eigentlich die Ballenpresse rüber holen zum nächsten Punkt zum BGH, wo die anderen Fahrzeuge stehen, aber das ist keine Pflegebreifung mehr ist das ein normaler Traktor, oder ist das der mit Metallic, wenn der mit Metallic ist, dann geht es nicht und den lasse ich in die Unresten, das ist die Pflegebreifung jetzt haben wir auch Lohnzahlung die sich schon merkt, die Lohnzüge ist klar, da war ja Dings hier äh, die Unkopf und die Knöpfe, oder? die Lohnzahlung 61 so, gute Arbeiten 2 na, das war nicht so wichtig grüß man den neuen Morgen, ne? ja, Montag ja, Montag die vorgemeine Maler müssen wir mal Probe dann machen äh, Probe, Eichenhorn, von oben her ob das jetzt passt ob die Musik ein bisschen lauter geworden ist dann laufen wir langsam, zu leise oh, der Weiswechsel ich werde blockiert wo denn Baum und der ist mit im Graben wieder mal einklappen, ne? dann besser ja Hälter Hälter, Hälter, hab's vergessen, ne? ja müssen wir mal gucken, wie das entsprechend aus dem Dink wurde entsprechend, ob das nacharbeiten müssen aber nicht immer ein bisschen munter werden so, wir können wieder auf normale Geschwindigkeit gehen so, wir können wieder auf normale Geschwindigkeit gehen ja genau am besten klappt wenigstens auf dem Fall normal egal, wurscht wir werden zerkraften so ja, die erste Runde hat er gemacht und dann naja, gut hier ist er auch dabei dann kann man sehen wo ist der andere Taktor jetzt der ist da wir wollten doch 21 können wir auch düngen da hatten wir auch Heu gemacht da kann man gleich hoch und holen wir gleich ja die können wir unterrüsten oh, die ersten Felder sehen reif aus aber, äh, ich kann euch enttäuschen ist er nicht reif da wird erst nach vier was werden denke ich mal aber wir werden gleich prüfen der Meis ist gewachsen na, den kann man nicht umrüsten auf jeden Fall fest das ist nicht möglich ich denke ich wollte mich stehen lassen ja der fährt ja, die beiden gehen auch nicht so so natürlich ist da ein Eck nie dringend worden machen wir gleich weil ich wollte mal schauen ob irgendwo Unkraut ist was irgendwo punktuell bearbeiten kann ob ich Unkraut war, glaube ich eh nicht hier werden wir ein bisschen Unkraut haben und eigentlich war was gewesen dann können wir gleich von dem ran fahren auf Feld Nummer 21 und dann haben wir noch ein Fahrzeug da ist ein Fahrzeug da ist ein Fahrzeug aber das häckseln wir mit, ne denk mal, ne so 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 die meisten haben wir halt eh alles automatisch so 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 das sollte reichen so 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 67% ist es im Wachstum aber noch mindestens zwei Tage also zwei Wachstumstufen das wird später Sommer Später Sommer wird es werden können wir noch Holz machen aber wir sehen was wir unsere Felder fertig kriegen mit Dünn mit Dünn inso Wiesen zumindest Es fühlt sich was ungünstig aber Dünn muss auch sein ich hatte gehofft dass man mal einige sachen verkaufen können ein fahrzeug 21 2 ich gehe nochmal gleich so dunkle lichter machen muss naja das ist halt so ne auf gehts so kurz nachdenken gehen wir uns die kühe angucken das ist doch eigentlich nicht so dramatisch sein dann müssten wir noch holz paletten verkaufen und kartons glaube ich oder irgend so was der das ist warum ein lkw den können wir auch gleich verhalten mit dem anhänger den werden wir gleich brauchen da überlege ich mich gerade ob ich eh jetzt holz mache aber ich werde mal verkaufen ne warum Geld das kann man nicht wirtschaften wirtschaften soo alle kommen und lege weg ne da ist kein holz bin war das hier ans arme gewesen oh das ist jetzt neu ich weiß es nicht ist ja neuer update prinzip hm da ist ein tricker ja so dann gleich aufladen äh rundbar ist es nicht das ist das ist das ist das ist das ist wir müssen noch einige wir müssen noch einige holzstern ran fahren hier wir haben jetzt hier haben wir auch bretter palette leer paletten holstern und 82 action zenten Das ist ein Prozid neu. Nährplatte. Gut, dann ist er LKW voll. Gut, dann haben wir schon was. Einer ist fertig. Mal ganz kurz gucken. Na gut, da ist schon ein bisschen gedüngt. Ist er auch fertig? Nein, dann ist er vorbei. Dann müssen wir erst mal auf die 24 fahren. Ungünstig, ne? Aber wir werden es machen. Muss ja, ne? So wollte ich ausmachen. 24. Der andere kann nachher später. Aber brauchen wir noch eine Weile auf der 44. So liebe Schauer, das soll es für euch gewesen sein. Ich kann es euch anschauen. Ich muss noch einmal Probe hören machen. Auf Tonpaste jetzt. Ich kann es euch anschauen. Ich kann es euch anschauen. Auf Wiedersehen zum nächsten Mal. Tschüss.